Am 25.11. kämpfe ich bei der Great Fight Night gegen meinen Gegner Breitenberg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er an dem Abend als der dicke Verlierer rausgeht. Und wahrscheinlich ist er danach nur noch in der Lage, Babybreit zu essen. Aus Solidarität und fairer Sportsmann werde ich 48 Stunden heute mal testen, wie Breitenbergs Ernährung nach dem Boxkampf sein wird. In dem Rahmen, in diesem Video, werde ich 48 Stunden nur Babynahrung essen. Ihr werdet am Ende sehen, wie überraschend der Preis für das ganze Experiment war. Was es alles Krasses zu essen gibt. Oder ob man damit überhaupt noch Boxtraining machen kann. Viel Spaß beim Video. Zuerst gehen wir einkaufen. Da ich selber keine Babynahrung hatte, musste ich natürlich erstmal was besorgen. Und hierfür bin ich zu DM gefahren, weil es bei so Drogerin die größte Auswahl gibt. Und leck mich fett, die Auswahl war echt riesig. Also wir könnten es natürlich richtig wild treiben. Und ich hole mir so Bio-Anfangsmilch. Dann die Folge-Milch. Ein kompletter Gang nur mit Babyartikeln. Ich meine, ich stehe hier vor einer 4 Meter langen Wand. Nur aus den verschiedensten Geschmäckern Babybrei. Ich habe eine dicke Tüte voller Bio-Babynahrung. Oder generell voller Babynahrung. Und ich muss sagen, ich bin richtig überrascht, was es da alles gab. Ich habe selber mega Bock auf das Video jetzt. Und das alles mal zu probieren. Und was da von den Vorteilen sind. Wie bekömmlich das Ganze ist. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Frühstück. Das Tolle an Babynahrung ist ja, dass man es eigentlich so gut wie überall essen kann. Deswegen habe ich mir schon einen Löffel mitgenommen. Wir starten den Tag natürlich mit einem schönen Porridge. Nicht eins, sondern zwei. Dazu trinke ich so einen schönen Kokos-Drink für Kinder. Ohne Zuckerzusatz. 330 Milliliter. Und für ein bisschen Obst gibt es noch dazu. Ein Smoothie. Die 100% fruchtig. Und auch wenn man sich die Inhaltsstoffe anschaut, merkt man, dass da eigentlich gar nicht mal irgendein Rotz drin ist. Sondern Äpfel, Bananen, Erdbeeren, schwarze Johannisbeere. Also gar nicht mal so schlecht. Besonders gut finde ich, dass auf der Rückseite von dem Porridge draufsteht. Es ist feinstückig und regt zum Kauen an. Perfekt bei mir. Wenn ich mir aber jetzt schon mein Frühstück hier vor mir anschaue, merke ich schon, die erste Challenge des heutigen Tages. Und zwar sind das nur 377 Kalorien, 9,2 Gramm Eiweiß, 60 Gramm Kohlydrate. Also es wird schwierig, heute überhaupt auf Kalorien zu kommen. Aber ich habe mir noch ein paar kleine Cheats mitgenommen, glaube ich. Also die Konsistenz von dem Porridge schaut nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Das schaut ein bisschen nach Gehirn aus. Zumindest eine Sache, die ich als dummer Influencer nicht habe. Dann kann ich sie ja immerhin essen. Oh Gott. Das schmeckt nach gar nichts. Da steht doch Apfelheidelbeere drauf. Das schmeckt einfach nach nichts, Alter. Und die Konsistenz ist genauso, wie es gerade aussah. Oh nee. Ich dachte, das schmeckt voll cool. Schmeckt denn zumindest mein Smoothie? Mh. Mh. Oh ja. Wir nehmen den und hauen davon ein bisschen was hier rein. Der schmeckt richtig süß nach Erdbeer und Banane. Sau geil. Und wenn ich am Babyessen denke, dann denke ich auch an so einen Anblick, um ehrlich zu sein. Mh. Wie schmeckt noch der Kokosdrink? Schmeckt Mischung wie Kokoswasser und Kokosmilch. Schmeckt gut. Das sind mein Frühstück jetzt hier schmecken und dann packe ich es auch auf zum Boxtraining. Dann schauen wir mal, wie das mit der Babynahrung im Bauch läuft. Die erste Mahlzeit, die ersten 400 Kalorien sind drin und ich muss sagen, die liegen gar nicht mal so krass geil im Magen. Geht bisher. Ich bin mal gespannt, wie das Training jetzt läuft. Wie ihr vorhin schon gehört habt, ich bin ja gerade in der Vorbereitung für den Boxkampf und da muss ich halt jeden Tag trainieren. Ganz egal, wie die Ernährung gerade ist. Jetzt stehen mir ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden Techniktraining an. Die sind auch mal relativ anstrengend. Mal schauen, das Ganze wird heute ein bisschen gefilmt. Und ja, mein Trainer kommt auch gleich. Ich würde sagen, wir fragen ihn mal ganz kurz, wie die Vorbereitung läuft und dann geht es auch auf. Mal schauen wir mal. Ich habe nämlich auch einen kleinen Snack mitgenommen. Einen kleinen Zwischensnack fürs Boxtraining, den ich mir zwischendurch reinhauen kann. Mal schauen, ob das heute was bringt oder nicht. Am Ende ist einfach Babynahrung der Key. Ich weiß, dass ein paar Sportler, Cristiano Ronaldo zum Beispiel, zumindest stand das im Internet, Muttermilch zum Beispiel konsumiert, weil das Ganze extrem anabolisch ist und ist ein bisschen wie Stoffen, aber halt noch wahrscheinlich legal. Ihr wisst ja, ich werde von der Familie Steko vorbereitet. Hier mein Trainer Ivan. Was meinst du denn so, wie läuft die Vorbereitung? Wir haben, wenn es Video online kommt, noch circa drei Wochen bis zum Kampf. Jetzt noch dreieinhalb Wochen. Was ist dein Fazit bisher? Also die Vorbereitung läuft super, aber da ist natürlich, klar, so eine kurze Zeit aus ihm Tyson Fury zu machen, wird schwierig. Aber wir geben unser Bestes und wir haben noch drei Wochen Zeit. Also ich würde auch ehrlich gesagt lieber haben, dass du aus mir in den Ghanu machst und nicht Tyson Fury. Hör auf, wir machen einen Tyson Fury aus dir. Okay, okay, alles klar. Also wir haben nur drei Monate Vorbereitung insgesamt gehabt, aber wir haben Gas gegeben, wir geben Gas und jetzt würde ich sagen, labern wir dich langsam rum, wir trennen weiter. Ich habe mir extra ein langärmliches T-Shirt angezogen, weil ich letztes Mal alles voll geschwitzt habe, kurzärmlich und er kriegt dann immer den ganzen Schweiß ab, deswegen fangen wir an. Ich hatte leider keine Zeit, um beim Training mehr. Das Ding reinzuhauen, ich habe mir keine Auszeit gegeben, sieben Runden haben wir gemacht. So, jetzt gibt es hier aber ein Frucht-Porridge. Das sind einfach nur Früchte und ein bisschen Haferflocken drin. Ich ziehe euch mal hier eine Beine drauf, dann könnt ihr sehen, wie die Konsistenz ist. Ich finde einmal. Wow, das Zeug knallt richtig. Training ist auf jeden Fall durch. Ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt, nämlich weniger Leistung oder sonst irgendwas. Aber ich habe einen Kohl-Dank, weil das sind jetzt gerade mal 500 Kalur-Kindich heute drin. Also, rein damit und dann essen wir mal was Gescheites. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit für eine Beförderung und für mein Mittagessen. Und ich dachte jetzt eigentlich, das wird so eine richtig krasse Mahlzeit mit ordentlich Eiweiß und so. Ich pöse das Ganze mal ein, wir haben einmal eine Bio-Paere und dann einmal noch Bio-Nudeln mit Rindfleisch. Wenn man das Ganze dann allerdings auspackt, dann schaut das halt in etwa so aus. Man vergisst halt, dass das halt Babynahrung ist und auch dementsprechend schon so gefühlt vorgekaut ist. Aber wenn das jetzt halt nicht so gemanscht wäre, wäre es ein bisschen geiler, um ehrlich zu sein. Aber es muss ja irgendwie auch so sein, dass man es nicht wirklich kauen muss. Das hier ist jetzt ab einem Jahr. Also, meiner geistigen Reife entspricht es auf jeden Fall, meiner körperlichen nicht. Ich werde nämlich bald 29. Das hier ist ab 8 Monaten. Da haben wir noch so Apfel-Reiswaffeln drin, die gönne ich mir gleich als Nachtisch. Das Ganze zusammen, was man jetzt hier wieder vor sich sieht, sind halt wieder nur wenige 100 Kalorien. Also, ich glaube, so ein kleines Baby verbrennt vielleicht nicht mal 1600 Kalorien. Die sollen vielleicht eine, so eine Portion, zwei Portionen am Tag essen und dann reicht denen das auch. Wenn man dann größer wird, verbraucht man halt auch mehr. Keine Gewürze drin. Ganz mild. Ja, kann man essen. Also, man merkt, dass es sehr, 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 sehr bekömmlich alles sein soll. Man sollte es eigentlich noch warm machen, aber ich esse es einfach jetzt hier um Traumtemperatur. Was ich halt geil finde, ist, dass es halt so bio ist und auch, glaube ich, relativ gute Zutaten drin sind, weil... Keiner möchte irgendeinem Baby mit irgendwelchen Sachen was antun. Ja, kann man essen. Und schlimmer sein. Das kann die Paella, die ist schon eher ein bisschen ekliger, ehrlich gesagt, in so einer Matsche-Pampen-Brei hier. Okay, die schmeckt eigentlich nach gar nichts. Kein Wunder, dass Babys rumschreien, Alter. Wenn ich den ganzen Tag nur so einen Rotz bekomme, was halt nach gefühlt nichts schmeckt, dann würde mich das auch ankotzen. Das hier war auch in der Babyabteilung Fenchel-Tee. Ich schätze mal auch, weil das einfach so bekömmlicher ist. Fenchel-Tee mit Apfel-Traube-Saft. Trauben-Saft. Die du dann nix lesen kannst. Schmeckt wie Apfel-Trauben-Saft. Also ein bisschen tun wir die Babys, ehrlich gesagt. Schaut euch nochmal die Verpackung bitte an, wie es auf der Verpackung aussah. Und dann schaut euch mal an, wie das hier ausschaut. Nochmal die Verpackung und nochmal hier. Alter, was ist das? Du kommst auf die Welt und wirst schon direkt gescampt. Du wirst schon direkt an den Anblick gewöhnt, wie es dann bei McDonalds ausschaut, wenn du jemals bestellen sollst. Hm. Das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Aber davor probiere ich noch die Kollegen hier. Kleine Mini-Reis-Waffeln mit Apfel. Hm. Die sind wiederum ganz nice. Also die Sachen sind tendenziell immer eher ein bisschen süß oder schmecken nach gar nichts. Aber ich frage mich nämlich die ganze Zeit zwei Sachen. Erstens, gibt es irgendwelche besonderen Anforderungen, die so an Babyessen gemacht werden, damit ich das irgendwie so für Babynahrung nennen darf? Und zweitens, ist ein Happy Meal auch Babynahrung? Ob es dafür irgendwelche speziellen Vorschriften gibt? Lass mich kurz zusammenfassen. Es gibt nicht nur irgendwelche, es gibt eine Menge Vorschriften. Auf der Seite des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit steht zum Beispiel, bei Säuglings- und Kleinkindernahrung sind im Vergleich zu Lebensmitteln des allgemeinen Verzehrs die Höchstmengen für Pflanzenschutzmittel, Nitrat und andere Schadstoffe sowie Kontaminate deutlich niedriger angesetzt. Das Ganze wird regelmäßig stichprobenartig getestet. Und natürlich gibt es rechtliche Grundlagen für Säuglings- und Kleinkindernahrung, die zu den diätischen Lebensmitteln zählen, gelten strenge Vorschriften. Bezüglich Zusammensetzung, Verwendung von Zusatzstoffen, mikrobiologischen Beschaffenheit und Kennzeichnung. Man darf das Ganze auch nicht einfach so bewerben, wie man Bock hat. Und so eine künstliche Babymilch, wie ich sie in dem Video noch gleich trinken werde, wird zum Beispiel richtig genau angeschaut. Hier mal ein kurzer Beitrag vom ZDF, den ich gestern selber gesehen habe. Nach zahlreichen Skandalen ist Babymilch heute das am strengsten regulierte Lebensmittel überhaupt. Auf 29 Seiten ist von der EU genau geregelt, welche Stoffe Babymilch enthalten muss. Auch die Mengen sind auf das Gramm genau vorgeschrieben. Alle Hersteller müssen also Milchpulver mit den gleichen vorgegebenen Inhaltsstoffen anbieten. Beim Marketing suchen sie Lücken im Gesetz. Alles, was sich Babynahrung nennt und für Babys geeignet ist, wird also extrem streng angeschaut. Ganz egal, ob es die Werbung ist oder die Inhaltsstoffe. Ob man jetzt aber sagen kann, dass ein Happy Meal vielleicht auch was für Babys ist, das werden wir später im Video erfahren. Möglicherweise kam gerade mit der Post die nächste Babymahlzeit an und zwar Clearway from MyProtein. Das ist ja quasi Milch, also Eiweiß, was ja auch kleine Säuglinge häufig konsumieren können. Ganz neuer Geschmack hier, Chupa Chups Strawberry Flavor Limited Edition. Falls ihr das nicht kennt, das ist wie ein Proteinshake, nur wie eine Limo halt und nicht so diese milchige Konsistenz, sondern eher durchsichtig und so limomäßig. Feiern sehr viele und die sind jetzt neu rausgekommen, die Geschmäcker. Oh, schmeckt gut. Oh ja. Schmeckt tatsächlich eins zu eins wie diese Chupa Chup Lollis, die ihr kennt. Das Geile ist, dass im November ja die fettesten Rabatte des Jahres anstehen. Morgen am 6.11. werdet ihr zum Beispiel mit dem Code Franklin 50% auf fast alles bei MyProtein sparen können. Auch auf Kreatin. Schaut regelmäßig bei mir auf Instagram vorbei, denn viele Deals kann ich euch dort spontan in der Story raushauen. Und unter uns kann ich euch hier schon verraten, dass es Ende der Woche auch sehr wahrscheinlich 40% aufs Clearway geben wird. Wann immer ihr bei MyProtein shoppen möchtet, nutzt den Code Franklin und den Link in meiner Videobeschreibung maximal zu sparen. Würde ich schon gerne weiter trinken, aber wir machen ja heute Babynahrung. Natürlich trinken Babys keinen Clearway, aber sowas ähnliches, was auch milchmäßig ist. Und ich weiß, dass ihr mich das hier trinken sehen wollt. Bio-Anfangsmilch von Geburt an. Perfekt. Das Ding ist voll mit Vitaminen und hat auch ein bisschen Eiweiß. Ab dem sechsten Monat kann man quasi diese Dosierung sich reinhauen. Ich würde sagen, ich gönne mir jetzt mal gleich ein doppeltes Serving. Ich bin sehr auf die Konsistenz, auf den Geschmack und auf alles gespannt. Ich bezweifle aber, dass das geil schmecken wird. Ich glaube, es hat einen sehr ekligen Taste. Da gibt es eine ganz genaue Anleitung auch, wie man das machen muss. Und ein Like, einen Daumen da lassen und ein Abo. Könnt ihr es kurz machen, dann können wir weitermachen. Dankeschön. Trinkwassermenge. Okay, wir brauchen einen halben Liter Wasser. Okay, ob da jetzt noch viel reinpasst, weiß ich nicht. Hier kommen jetzt 14 von diesen Messlöffeln rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, elf, zwölf, dreizehn und vierzehn. Oh mein Gott, Alter, das schaut echt aus wie Proteinpulver. Wow, das ist ja richtig schaumig jetzt geworden. Wir haben jetzt hier so ein ganzes Ding voll und... Oh mein Gott, was war das? Heiner... What the f***, Digga? Schaut ja fast aus wie normale Milch ein bisschen. Das ganze Ding hier hat 460 Kalorien und gerade mal 10 Gramm Eiweiß. Also irgendwie Babys dürfen echt keine Proteine zu sich nehmen, habe ich das Gefühl. Nur eine Menge Laktose und künstliche Vitamine. Oh, bäsch, man. Bää, das riecht nach Eisen, Alter. Ihhh, es wird immer noch nicht besser. Boah, das hat einen richtig eisenhaltigen Geschmack, ey Boah, Digga, wir tun mit dem Video-Babys immer mehr leid, Alter Das ist ja nicht mehr, warum tut man denen das an? Und die müssen davon, hier ab 6 Monate, steht da Die müssen 1,5 Mal so ein Ding am Tag wegschlürfen Die werden ja wirklich einfach nur gefoltert Kein Wunder, dass Babys weinen Boah, ich will, dass du das mal probierst, Sophia Das ist wirklich, das ist echt ehrenlos Ist auf jeden Fall richtig heiß schon mal Oh Gott, das riecht richtig eklig Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das trinken kann Oh, ich kenne das irgendwoher Ich habe irgendwas mal als Kind auch gehabt, was so geschmeckt hat Oh, der ist echt eklig Also das ganze Ding hat 4 Gramm Eisen, das ist auch nicht so mega viel Es soll ja im Endeffekt Muttermilch wieder abspiegeln Die halt von einer Kuh kommt Am besten ist es wahrscheinlich einfach, wenn man wirklich Muttermilch trinkt Das wäre mal, ich würde das schon gerne mal probieren, Muttermilch Schreibt in die Kommentare, würdet ihr Muttermilch trinken? Mir wird sofort einer in den Kopf kommen, der würde es machen, Holle Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, Holle wird sowas direkt machen Die Kalorien müssen heute irgendwie rein, Alter Boah, ich glaube, ich kotze gleich Das wird die Challenge meines Lebens, Leute Wir sehen uns auf der anderen Seite Jetzt heißt es ich gegen die Milch für Neugeborene Ich habe es geschafft Macht euch lustig über mich Aber ich habe ein Liter Anfangsmilch verdrückt Und ich kann sagen, dass ich jetzt gerade zumindest keinen Hunger mehr habe 500 Kalorien mehr drin Zu dem ersten Abendessen des Videos wollte ich es aber richtig wissen Also habe ich mir für ca. 7,50 Euro 4 Packungen Hip-Makaroni mit Erbsen und Gemüse gekauft 100% pflanzlich So sollte es doch irgendwie möglich sein Dass ich für einen Erwachsenen eine ausreichende Mahlzeit mal zusammenbekomme Diese vier Gläser vereint Hatten ein Gewicht von 880 Gramm 625 Kalorien 66 Gramm Kohlehydrate Und immerhin 24 Gramm Eiweiß Sowie 25 Gramm Fett Schauen Sie sich dieses Prachtexemplar von schönem Essen an Man könnte auch fast meinen, das ist schon verdaut Also, dass ich jetzt hiervon satt werde Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen Auch wenn das alles andere als ein Genuss wird Aber ihr habt das auch in die Kommentare geschrieben Ich weiß gar nicht, wie ihr auf so kranke Ideen kommt Ihr wolltet sogar, dass ich das Ganze eine Woche mache Was ist los mit euch? Findet ihr das lustig? Denkt ihr, das ist ein Spaß Nach einem Tag schon so Und das dann eine Woche durchzuziehen? Schaut euch das mal an Da wirst ihr ja krank Geschweige denn wahrscheinlich kommt irgendeiner Hey Julian, mach mal Einen Monat ne Babynahrung Safe nicht? 7,50 Euro hierfür Das ist eine große Portion Es ist bio Ich weiß nicht ganz genau, ob das jetzt übertrieben teuer ist oder nicht Also ich finde es schon teuer Aber auf der anderen Seite so Fertigmahlzeiten Tiefgekühlt, die man kauft, kosten auch 7,50 Euro Das ist schon eine große Portion auch Aber es ist auf jeden Fall nicht günstig Sagen wir es mal so Aber mal angenommen, man kauft sich davon zwei Gläser Macht noch so ein bisschen Tofu dazu Ein bisschen Gemüse Dann passt das schon Kann man auf jeden Fall was mit anfangen Es schmeckt nach Arsch Sagen wir es so Es schmeckt, es schmeckt, es schmeckt schlecht Genauso wie die Sachen davor auch Ich weiß nicht, was ich mit dem Video hier gedacht habe Aber es ist immerhin ein bisschen Gemüse drin Es hat ein bisschen Eiweiß Und der Anblick von dem Essen ist halt echt Ja, es schmeckt wirklich nach Arsch und Friedrich Also fragt mich nicht, woher ich weiß, wie Arsch schmeckt Aber ich weiß, wie Friedrich schmeckt Und Friedrich schmeckt nicht Friedrich schmeckt nicht gut, man Guten Appetit Also für eine Diät ist das Essen gar nicht mal so schlecht geeignet Denn die paar hundert Kalorien haben mich tatsächlich relativ gesättigt Geschmacklich war es aber trotzdem nicht das größte Highlight Hat einen kleinen Nachttisch vorm Schlafen Gab es noch ein bisschen Fruchtkompott Gemeinsam mit einem Gute-Nacht-Griesbrei Das Ganze gab auf jeden Fall miese Kindheitsflashbacks Weil ich sowas ab und zu bekommen habe Und auch geschmacklich wie die anderen süßen Sachen zuvor Ging das einigermaßen klar Um 23.30 Uhr ging es ins Bett Und ein paar Stunden später wieder raus So, und dann haben wir auch den zweiten Tag des Experiments, Leute Und ich habe gestern Abend bzw. heute schon die erste Sache festgestellt Mit der Babynahrung Und zwar bin ich überall so ein kleines bisschen verkatert Wie so ein Muskelkater Und ich glaube, das liegt einfach daran Dass ich gestern fast gar kein Salz zu mir genommen habe Und somit der Körper auch gar keine Elektrolyte oder irgendwas bekommen hat Das ist ja für den Sport auch in gewisser Weise ziemlich wichtig Für kleine Babys allerdings nicht so Weil die Nieren, glaube ich, noch nicht so ausgebildet sind Und besonders Salz, für Babys halt nicht gesund ist Zu meiner nächsten Mahlzeit ist auch kein Salz drin Und vielen von euch sollte die schon ein bisschen bekannt vorkommen Auch wenn da viele Zutaten fehlen Und zwar gibt es diesen Hip-Getreidebrei Fünfkorn für mich Hier ist Hafer, Weizen, Gerste, Dinkel und Roggen drin Und 100 Gramm davon haben immerhin 12 Gramm Eiweiß Dieser Haufen hier entspricht 100 Gramm Und normalerweise kommt für den Hamsterbereich Hier noch dieses Whey rein für mal Protein Kann ich euch nur empfehlen Schmeckt richtig geil Aber Babys trinken kein Whey Wenn ich da jetzt noch ein bisschen heißes Wasser drüber gebe Und man das Ganze dann verrührt Für ein bisschen Süße geben wir jetzt noch ein bisschen Baby-Love drüber Wow, das wird eine tolle Mahlzeit Und das lasse ich mir jetzt mit einem köstlichen Babywasser schmecken Einfach ein Babywasser Das kann man auch von Geburt an trinken Das ist besonders natriumarm und quasi besonders rein Es wird auch häufig empfohlen für Babys das Wasser abzukochen Also man versucht wirklich auf super Ultranummer sicher zu gehen Schmeckt wie stinknormales Wasser Relativ weich Aber wenn ich das schon so durchziehen würde Würde ich meinem Kind nicht mal was aus einer Plastikflasche geben Das ist jetzt mein Frühstück Ihr habt es gesehen Das ist echt ein dicker Bottich Also gerade dieser Getreidebrei Den esse ich auch recht häufig zum Frühstück Und die gehen mit Wasser enorm auf Sättigen, krass und hat gar nicht mal so viel Kalorien Das sind jetzt hier 100 Gramm Also vielmehr kriegt man davon gar nicht runter Immerhin 13 Gramm Eiweiß Und wie schmeckt es mit dem Obst? Ja, bisschen Fahrt Krass Die Konsistenz von diesem Brein ist immer ziemlich nice Deswegen kann ich euch das echt auch mal empfehlen Zum Frühstück so ein Brei zuzubereiten Da muss nur heißes Wasser rein Und dann halt am besten noch, wenn man erwachsen ist Ein bisschen Proteinpulver für den Geschmack Ein bisschen Obst drüber Und dann habt ihr da echt eine geile Mahlzeit Feier ich So ist es halt, ja, ziemlich lame Aber kleine Säuglinge könnten halt noch nicht mal irgendwie Obst zerkauen Ihr habt aber später noch was essen, wo man kauen muss Und da geht es zu einem Altbekannten, bei dem ich vor einem Jahr sehr häufig vorbeigeschaut habe In Österreich nennt man ihn den Schachtelwirt Während ich mein Frühstück verdrückt, hat mich ein Anruf mit leider nicht ganz guten Neuigkeiten erreicht Mal schauen, ob ihr dazu bald mehr erfahren werdet Ganz egal, ob man gute oder schlechte Neuigkeiten bekommt Man zieht natürlich trotzdem durch Und so ging es für mich ins Fitnessstudio An dem Tag standen nämlich Sprints an Nach einem kurzen Warm-Up ging dann auch dieser Höllenzirkel los Ihr könnt ihn ja auch gerne mal probieren In dem Fall waren es sieben Runden à zwei Minuten mit 16 kmh Geschwindigkeit auf dem Laufband Dann jeweils immer eine Minute Pause Dann wieder zwei Minuten Sprinten und das Ganze halt siebenmal Mich persönlich war das wirklich sauanstrengend und ich war danach fix und fertig Wir sind bei der goldenen Möwe, Leute Und jetzt bestellen wir was für Babys Wieso ist halt warum, werdet ihr gleich sehen Da ist es, Leute Das Happy Meal Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht Ob Leute einem Zweijährigen so ein Happy Meal geben würden Mit zwei isst man kein Baby mehr, aber immer noch ziemlich klein Man hat gerade so Zähne für mich Ich finde die schon immer noch aus, die Babys Und mir haben auch Leute geschrieben, dass sie auch ihrem einjährigen Kind So ein Happy Meal geben, aber halt dann ohne Salz Und ich wusste gar nicht, dass man nur beim Happy Meal die Pommes auch ohne Salz bestellen kann Und das ist jetzt bestimmt nicht das klassische Baby-Essen Aber wenn man sich sowas anschaut Hier so ein Fruchtquatsch Das ist ja das gleiche, was ich vorhin auch schon hatte Apfel-Nektarine ohne Zuckerzusatz Prüfen jetzt mal, schaut auch genauso aus wie die anderen Sachen Schmeckt wie Apfelmus Viele Vitamine hat es aber nicht So, hat zweimal dran gesogen und dann ist es auch schon leer Und ich glaube, wisst ihr, was ich als Geschenk bekommen habe? Ein Buch Wow, was ist das? Unglaubliches Wissen und spannende Rekorde Ey, das finde ich mal ein cooles Geschenk, ehrlich gesagt Das ist viel cooler als so Plastikzeug Mit lauter so wissenswerten Fakten Aber das ist erst ab acht Jahren Ich habe auch versucht herauszufinden, was McDonalds für eine Empfehlung abgibt Ab wann das Happy Meal ist, aber man findet nichts Ich habe aber auch in anderen Foren und Beiträgen gelesen Dass es ab und zu vorkommt, dass auch eineinhalbjährige zu McDonalds geschliffen werden Und dort mal so ein Happy Meal essen Also ab und zu kann das schon mal sein Wenn wir ein Kind haben, würdest du das nicht machen? Ne, auf keinen Fall Wie viele Jahre würdest du sagen, dürfte ich mit unserem Kind zu Maggie? Boah, ab sechs, sieben Das ist schon ziemlich lang Also meine Mutter meinte auch, sie würde frühestens mit mir als Kind So mit vier Jahren oder so zu McDonalds gehen Und Männer meinte, sie würde sie mich auch diese Pommes essen lassen Da könnte man, die sind ja relativ weich auch Boah Und die armen Babys, Alter Schaut euch das mal an, da ist einfach kein Salz drauf Gar nichts Oh, das war rechtlich und langweilig Schon, ne? Das ist unglaublich, was Salz vom Geschmack her ausmacht Das würde ich auf jeden Fall sagen, kriegen deine Kinder wahrscheinlich eher nicht So eine Süß-Sauersauce Und diese Nuggets hier gibt es jetzt auch in vegetarisch, beziehungsweise vegan Im Happy Meal Geil Hm Ein bisschen Babynahrung für dich? Ja Ich habe jetzt noch ein paar Stunden diese Challenge mit dem Baby essen Und ich muss echt sagen, ich habe mir das ein bisschen cooler vorgestellt Beim Einkauf hat es richtig Spaß gemacht, die Sachen einzukaufen Und ich dachte mir so, das wird voll das geile Video Aber schmeckt alles so langweilig Bevor wir gleich zur letzten Mahlzeit kommen, Leute Kann ich euch an der Stelle schon mal den Preis für die zwei Tage verraten Und zwar hat mich das ganze Experiment 53,32 Euro gekostet Was in etwa so 4.000 Kalorien ungefähr entsprach 4.500 Kalorien Ich persönlich finde das ziemlich, ziemlich teuer Und generell ist Babynahrung auch nicht gerade günstig Dafür muss man auch sagen, dass sehr viele Lebensmittel Bio waren Und diese auch ziemlich streng analysiert und beobachtet werden Jetzt aber noch viel Spaß mit dem letzten Gaumenschmaus Mittlerweile haben wir 19.42 und ich halte mich jetzt kurz So wie die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne des TikTok-Nutzers Wir haben hier Süßkartoffelgemüse mit Nudeln und Huhn Tomate und Karotten mit Bio-Hühnchen Risotto mit Pute Und buntes Lensengemüse Sowie zum Nachtisch nochmal so ein kleines bisschen Obst Was ich auch noch habe, sind so Knusperherzen Die habe ich aber schon probiert, genauso wie so Popcorn Das ist gestern schon weggesnackt, es schmeckt auch nach nichts Ich muss jetzt eine Sache sagen, wie hier zum Beispiel mit dem Süßkartoffelgemüse mit Nudeln Da steht dann auch meistens noch drauf, welche Nudeln es sind Es macht gar keinen Sinn Es ist auch völlig egal, ob da jetzt Rigatoni, Spaghetti Oder Spaghetti, Jolognese, was auch immer drin ist Am Ende wird das Zeug püriert, es ist eh eine Einheitspampe Von dem, was da ursprünglich drin war, kriegst du sowieso nichts mit Und ich habe jetzt eh verkackt Perfekt, der Löffel ist zu groß Die fünf Gläser werde ich mir noch reinhauen Dann habe ich heute ein bisschen was gegessen Ich habe echt Hunger und ich freue mich morgen wieder auf normales Essen Dieser Videodreh war deutlich härter als gedacht und hat mir echt nicht so viel Spaß gemacht Irgendwie feiert man aber doch ab und zu mal so dieses Babyessen und die Konsistenz Gerade von diesen Obstsachen ist ganz geil Schreibt gerne in die Kommentare, welches Babyessen ich noch hätte testen sollen Und ansonsten Dankeschön für den tollen Vorschlag, eine Woche ein Babyessen zu essen Sag jetzt nicht, das ist dafür auch zu groß Es ist dafür auch zu groß Ich habe echt reingeschissen Ihr seht mich, das Ganze soll runterziehen beim Fortnite spielen Bis zum nächsten Mal, Leute, over on out Ciao Ich stecke mir meinen Penis in meinem Mund rein Er war viel zu klein